moin pyros und herzlich willkommen zu diesem video wir wollen euch mal zeigen wie unser schlachtfeld so aussieht da können wir das ganze hier mal so sehen wir haben insgesamt vier fette paletten wo wir zwei feuerwerke mit geschossen haben hier unten haben wir noch richtig viele batterien hier ist noch die andere palette hier ist auch alles voll also wir haben uns dieses jahr mal richtig gegönnt und das ist schon wirklich heftig was wir so weggegotzt haben das wetter hat auch zum teil gut mit gespielt ja wir hatten richtig viel spaß gehabt und ja dann zeige ich euch mal eine andere location so das hier ist unser schlachtfeld hier haben wir unsere ganzen batterien gezündet die ihr gerade schon gesehen habt wir räumen das alles schon so schnell wie möglich weg hier auch noch alles voll aber das räumen wir erst am tag weg damit man das ja vorabend nicht sieht so und dann kommen wir jetzt zur dritten location so und das hier ist die dritte location wo wir gezündet haben hier haben wir so alle böller gezündet die wir hatten das weiß ist aber schon ein bisschen weg weil es hier auch leicht geregnet hat wirklich hier heftig war ein richtig fettes schlachtfeld hier hier haben wir auch noch ein paar sachen auch schon alle auf den haufen geschmissen das werden wir auch später noch alles wegräumen ja ihr könnt mal in den kommentaren schreiben wie euer silvester so war also uns das war wirklich sehr gut wir hatten sehr viel spaß gehabt und ja das war es dann mit dem video und ja dann sehen wir uns wieder